Es wird gebaut an allen Ecken und Enden und wie kommt die ganze Technik da rein? TGA-Planung fand ich ziemlich cool, dass es Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben, dass die Heizung so läuft, wie sie läuft. Kein Gebäude ist wie das andere. Man hat unterschiedliche Projektpartner und daraus zu filtern, was genau möchte der Kunde und wie bringe ich mein Team dazu, genau diese Wünsche zu erfüllen. Das ist die größte Herausforderung dabei. Die Aufgaben sind so abwechslungsreich und immer wieder eine neue Herausforderung, dass man nie Langeweile hat und man kann hier wirklich alles erreichen, was man will. Als ich angefangen habe, war es halt häufig noch 2D-Plan und jetzt sind wir halt so weit, dass wir nur noch 3D-Plan. Wir sind da recht früh eingestiegen mit und ich denke mal, wir sind da schon ein Vorreiter mit. Das ist schon außergewöhnlich, dass wir hier mehr sind als nur Kollegen, sondern in vielen Bereichen sogar Freunde. Das würde ich sagen, das macht hier das Arbeiten sehr schön. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh!